Der SC Freiburg startet mit einer Nullnummer. Kein Sieg zum Auftakt, der SC Freiburg kam am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison vor heimischer Kulisse nicht über ein 0.0 gegen Eintracht Frankfurt hinaus. Die Eintracht überließ Freiburg von Anfang an das Spiel und setzte auf Konter, der SC hatte in der Anfangsviertelstunde über 70% bei Besitz. Die erste Chance des Spiels hatte allerdings Frankfurt. Nach einer Flanke von Mia Garzineweg köpfte Sebastian Fallet in der 17. Minute am langen Pfosten den Ball aus zwei Metern haarscharf am Freiburger Tor vorbei. Videoassistent schreitet ein. Im Gegenzug setzte Florian Niederlechner dem Kleindienst ein, der Frankfurtskipper Lukas Hadecki keine Chance ließ und zur vermeintlichen Freiburger Führung einschoss. Die Spieler und die Fans auf den Tribünen jubelten eine Minute lang. Doch dann die Ernüchterung. Nach Intervention des Videoassistenten aus Köln war klar, kein Tor. Niederlechner stand zu früh knapp im Abseits. Haller trifft die Latte. In der 37. Minute setzte die Eintracht an das nächste Ausrufezeichen. Neuzugang Sebastian Haller setzte sich gegen mehrere Freiburger durch, der Schuss des Franzosen landete an der Latte des SC-Torres. Freiburg hatte zwar weiterhin mehr Ballbesitz, kam aber kaum zum Abschluss. So ging es mit 0.0 in die Pause, bei den Torschüssen lag die Eintracht indes mit 10.2 vorne. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, die erste Chance im zweiten Durchgang hatte Freiburg. In der 50. Minute kam Innenverteidiger Mark Oliverkämpf fünf Meter vor dem Frankfurter Tor zum Abschluss, setzte den Ball allerdings drüber. In der 62. Minute setzte Haller auf der Gegenseite nach einem Freistoß einen Ball knapp am Freiburger Tor vorbei. In der 67. Minute wurde es laut im Stadion, als die Eintracht Kevin-Prinz-Barthen einwechselte. Der am Freitag von Lars Palmas nach Frankfurt gewechselte Mittelfeldspieler wurde von den SC-Anhängern mit Pfiffen empfangen. Ansonsten tat sich im Spiel relativ wenig, beide Teams neutralisierten sich weitgehend und mieden das Risiko. Freiburg läuterte zwar noch einmal eine Schlussoffensive ein und erhöhte den Druck, doch klare Chancen blieben Mangelware. So blieb es letztlich beim leistungsgerechten 0.0.0.